Wie geht alles Sachen rum da? Ich hab nix. Auf der Karte wird mit dir angezeigt. Achso. Ich seh da aber nix. Da ist glaube ich andere Etage oder sowas. Warte mal. Oh, ich hab schon gedrückt. Ich bin drin. Mal sehen was ich finde. Sehen sie die Bilder der Überwachungskameras? Candle und ihr Stab werden anscheinend gezwungen ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Bereit oder? Jo. Das geht halt auch nicht. Sieht aus als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Munition gibt's hier. Da sind jede Menge von den Typen. Aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie sie ohne Gefahr ausschalten. Mal gucken, was da ist. Ist aber nicht. Oh Gott. Das war der Raum, wo du viel Action warst. Hey, was war das? Oh, jetzt ist voll cool. Jetzt ein Sniper. Voll lecker. Ich hab die Leute. Haltet die Augen auf. Da draußen ist noch mehr. Ja. Ja. Das ist fast so einfach. Ihr werdet alle sterben, Bastard. Das ist für euch kein Grund. Das ist ein Ballon. Hörtet sie doch einfach. Ja. Scheiße. Weitere Feinde entdeckt. Birch dort. Und ihr kriegt sie davon ab. Los hier. uli. Unruhen können es nicht aktiv. Oder er ist wenig in den G 본. Wie geht ihr ja dr Birthd 그러면? Oder das CP的时候 achten sie! Oder Du THATSAN? So, kommen Elite und so weiter. Ich bin festgenagelt! Bastarde, müssen hier weg! Oh, ich bin stärker, ne? Ja, jetzt aufwaffen, man. Drei Stück! Letzten war nur einer. Oh, die machen doch fast in Demand. Das ist gar nicht so einfach, ne? Das ist super geil. Ich finde es cool. Das ist schwierig, ja? Aber ich bin von der Schrottwut irgendwie, ey. Kein blau, kein Grün mehr. Ich habe auch noch nichts besonderes gekriegt. Aber bis am Ende erst, glaube ich, ne? Es heißt, die hätten den Garden ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. LMG ist zwar irgendwie so geil, ratatataping, aber auf Entfernung geht gar nichts. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Hier, die Scheiße wieder. Ich von hier einen Sniper noch. Der Weg zu Kobys führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. Geht da bis zum Schießen, oder? Mach ruhig. So. So Tallinn solo, vorne. Hier! Jetzt versuchen Sie zu fluoreszen. Jawohl. So Tallinn! Bei mir was wird das! Der ist exceptionallyructional nicht stabil! Hör ich hin nach. aber das ist nicht ein Stück aber das ist nicht ein Stück aber ich kann mich an den Arsch Ich habe ihn mit dir. Oh! Was ist das? Nerf ihr hier. Hört euch nicht auf ihr Wagen dran? Geht in Deckung und zurück! 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 Oh nein! Boah! Boah! Ich muss kurz nach. Geht in Deckung! Leg mich am Arsch! Kommt man in die Immunata? Ja! Nein, ich warte nicht. Oh! 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 Hey nix! Mann! Ich brauche erstmal Granaten hier ohne Ende. Ich hab kaum noch Munition ey! Die ist erledigt! Das wird euch noch leid tun! Die Eskorte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter wenn sie da hochgehen und den Schützen ausscheiden. Oh! Oh! Wollen wir da hingehen? Dann kommen hier die Nächsten! Ihr Zug Agent! Ja! Viele und halten aus! Haben wir noch welche? Ne alles gut! Wir müssen hoch! Renne mit Schild rum! Und Handfeuerwaffe! Hat knapp 2700 DPS! Ich müsste Farmen in Darktraum raus und findest in der Beta nichts! Ja! Wunderwunder! Rang 80 werden! Naja! Du musst 80 werden! Dann bringt er nichts! Das kannst du ja gar nicht bei Händlern! Die kannst du das Linger kaufen! Ja! Nicht benutzen! Benutzen! Genau! Kaufen! Ach du Scheiße! Was kommt jetzt? Alpha Escorte! Wir haben einen Agenten auf dem Dach! Hat Candle es zu ihnen geschafft? Bestätigt! Sie und ihr Stab sind gerade eingetroffen! Sobald das Dach einfallen ist, bringen wir sie in Sicherheit! Was ist denn da? Armutzen? Geil! Warnung! Keine Neustartzone! Keine Neustartzone! Oh oh! Oh oh! Dann bereit machen! Okay ins Deckung! Bleibt schön weit hinten! Weil die kommt immer angerangen! Warnung! Weitere Feinde im Anmarsch! Verkopf! Warnung! Erledigen wir den Job! Reise! Reise! Oh, Gott! Alles wird auch! Haha! Hohe! Geht's jetzt! Warnung! 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 MöGE! Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Mann, Scheiße. Die müssen die Riegel essen. Auch gibt's doch nicht mehr. Alles leer. Der Rang draußen zählt nicht in der Dark Zone. Nein, du musst den Rang von draußen auf Level 8 haben, damit du überhaupt... Genau. Die Rüstung tragen kannst. Eine Levelbegrenzung. Der Boss ist da. Der muss da hinten... Der ist schade. Der ist gleich. Oh, da vorne, da vorne vorne. Was kriegt er jetzt? Kriegt er ab? Warnung! Weitere Feinde! Jawoll! Oh! Wir haben doch noch viele andere! Sobald wir uns zurückkriegen, bin ich ja schrecklich! Nein, nein! Boah! Das ist nett! Das ist nett! Das ist nett! Das ist nett! Mich nervt, dass das immer meine Muni alle ist! Wir haben die Mediziner in Sicherheit gebracht! Candle und ihren Stab! Keine Verluste! Das war ein guter Anfang, Agent! Laminierte Schoner! Blaue Item! Ich wünschte, ich hätte ihn den Rücken frei halten können, aber wir sind doch so ein gutes Team! Wenn sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Candle und sehen, was sie für uns tun kann! Über euch? Nur weißes Zeug! Nur weißes Zeug! Um ein grünes Zeug! Oben, wo die Mission zu Ende war, stand daran! Achso, das weiß ich nicht! Oh, hier gab es auch 3 Items! 4 Items! Keine Ahnung! Ich hab bei dir nichts Schütz! Nein! Wo oben? Bei der Mission! Du kriegst ja eine Missionsbelohnung! Weiß es! Das hab ich vorhin schon mal gehabt! Hab ich jetzt nicht gekriegt! Ich muss jetzt mal die Zündachladen sein! War da oben die Zündachladen? Ja! Scheiße! Soll ich jetzt gehen, ne? Dann raus in der Basis nachladen! Eben, ne? Ja!